So, let's get's freeen. So. Oh, das ist ja schön. Eine Rose in Form eines Cupcakes. Geil. So, können wir noch irgendwas an unseren Kräften mobilisieren? So, war man. So. So, wir fallen hier alle ab. Trickzack. Was greife ich denn hier eigentlich an? So. Such bessere Positionen. Ziel gesichtet. Ich suche erstmal den Scharfschützen. Wow. Ah, hier ist der Wagen. Sehr schön. Geil. Das zerfetzt alles im Kreis. weg schade hat nicht gereicht oh jetzt ich würde euch zerstören sehr schön also ich muss sagen man mit der steuerung man kommt mit der steuerung sehr schnell gut zurecht mit der steuerung kommt man eigentlich recht gut zurecht und was mir auch noch sehr gut gefällt man findet sich in spiel irgendwie sehr schnell rein man hat so schon so man hat in recht kurzer zeit abgänge schon automatisiert was bei vielen anderen spielen nicht der fall ist da muss man sich immer so in die steuerung rein finden hier kriegt man so einmal im tutorial erklärt und man hat die drauf das finde ich super so noch mehr später so da hinten gibt es sprühkunst dem jungen herrn helfen wir mal hier kann mir der ganze klumpatsch runter so zwergenflucht los geht's ich hoffe dass der ton vom controller nicht zu stark ist im mikro ich habe mir die aufnahme immer noch nicht angehört und ich mache die ganze zeit weiter weil ich fertig werden muss so so hm 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 Du bist ein verdammt begabter Typ. Alter. Drecksack. So, frei. Da ist ein Spion, beziehungsweise eine Spionaufgabe. Die krall ich mir mal. Hey. Nein. Na also. So. Das geht so. 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 Vertraut dem DUP, nicht den Terroristen! Bioterrorismus ist anti-amerikanisch! Bioterrorismus ist anti-amerikanisch! Gebt den Drogen keine Macht! Gebt den Drogen keine Macht! Bioterroristen hingehören unter die Erde! Unter die Erde! Bioterroristen hingehören unter die Erde! Bioterroristen! 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 so nicht schlecht nicht schlecht Ops. So. Gott, da haben wir auch noch eine ganze Menge. Ach, wir haben das Gebiet verlassen. Hoppala. Falsches Gebiet. Definitiv falsches Gebiet. Aber wir machen dann mal in der nächsten Folge weiter. Und ich glaube, weil ich kann einfach nicht mehr und ich muss noch retten an, weil ich fahre bald. Noch zwei Tage. Und das Ganze noch hochladen. So. Das Ganze noch hochzuladen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß es nicht.